Wie kommen wir da jetzt hoch? Komm, das schaffst du noch, Junge. Bleib wach. Bleib am Leben. Der ist total fertig, unser Bruder hier. Der kommt gar nicht mehr klar. Und ich hätt's den hier trotzdem noch weiter durch den Wald. Oh Mann, wir hätten da echt oben bleiben sollen. Komm, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Hier nur noch schnell den Berg. Oh Gott, wie kommen wir denn hier hoch? Komm, du schaffst es. Klettern, klettern und das war's. Oder, schaffst du es, schaffst du es? Komm, du schaffst es, du schaffst es. Nicht, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie kommen wir denn da jetzt wieder hoch? Mann. Jetzt sind wir hier am Wasser wieder. Oh, nee. Also ich will da oben noch zu dem Outpost Tao kommen. Trink mal was, Junge. Das wird, glaube ich, mal besser sein. Wir sind erschöpft. Wir sind erschöpft, wir haben Fieber. Dem Kerl geht's hier gar nicht gut. Dem geht's richtig, richtig schlecht. Vielleicht ist Schlafen auch nicht schlecht. Wie viel Uhr haben wir? Ja, es ist während der Zeit. Es wird dunkel. Okay, es wird sowieso dunkel, weil wir unsere Sicht langsam verlieren hier. Unsere Sicht verschwinden wird schwarz-weiß. Und das alles nur, weil ich so blöd war und hier so hektisch durchlaufe. Also ich verspreche euch, Leute, nach Outpost Tao versuche ich, das wieder langsamer anzugehen. Das bringt ja auch nichts. Nur jetzt bringt es gar nichts. Wir müssen jetzt da ankommen. Oh nein. Und das Viech ist nah. Ja, herrlich. Ich laufe. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Komm. Beweg deinen Arsch. Vielleicht laufen wir ja zufällig in die richtige Richtung. Was ist denn hier los? Und das wird nix. Das wird... Das war's. Und schon wieder... Nein, nein, nein. Wir sind... Wir sind noch nicht ganz verloren. Komm, schlepp dich da hin. Schlepp dich da hin. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Ein paar Meter nur noch. Beweg deinen Arsch. Ja. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh. Jetzt mit den letzten Kräften hier die Treppe hoch. Oh man. Die Leiter, die Treppe, was auch immer. Und hier erstmal einen Schluck trinken. Und jetzt nur mit sofort Schlaf nehmen. Wir müssen uns heilen. Wir müssen uns so dringend heilen. Das geht gar nicht klar. Speichern. Und schlafen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt im Schlaf sterben. Oder das Viech uns im Schlaf überrascht. Ja, das ist das erwähnte Feuerzeug. Okay, Gesundheit ist wieder in Ordnung. Wir haben kein Fieber mehr. Unsere Hände sehen wieder einigermaßen gut aus. Und wir werden jetzt nochmal kurz schlafen, weil in der Nacht können wir es komplett vergessen. Und dann würde ich sagen, ist das genug Abenteuer für heute. Mann, Mann, Mann. Ich sitze hier mit schweißnassen Händen und mit der letzten Kraft haben wir uns da noch lang buxiert. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, was es hier mit Outpost Tao auf sich hat. Mit den fehlenden Texturen da vorne. Und mit Pflanze, Plant X und Pflanze X. Auf jeden Fall werden wir die suchen gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Leitjahn. Da ist die Aufnahme gestartet. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Folge 10 von Mias Marta. Und auch an die Leute im Stream ein herzliches Willkommen. Beziehungsweise danke, dass ihr nach den technischen Problemen dabei geblieben seid. Ganze zwei Viewer. Ich weiß nicht, einer davon könnte random testnähe sein. Und ganz am Anfang trinken wir erst mal einen Schluck. Prost. Ich habe auch wieder was zu trinken dabei. Stilles Wasser mit dem Strohhalm. Ich will euch ja hier nicht einen vorrüpsen. Und das reicht jetzt auch. Gut. Wir müssen rekapitulieren. Wir sind ja relativ angeschlagen. Okay, hier hatten wir glaube ich dann doch noch unsere Medikamente genommen. Und uns quasi wieder hergestellt. Wir sind für alle, die die Folge 9 noch nicht gesehen haben. Die kamen nämlich kurz vor dieser Folge hier. Beziehungsweise vor diesem Stream. Wir haben uns hier lang geschleppt. Und die Texturen sehen da extrem hässlich aus. Und sind mit letzter Kraft quasi hier angekommen. Deshalb heißt die letzte Folge auch mit letzter Kraft. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Ich muss mich erst mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wir werden von wegen leicht irgendwo runterfallen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir hier bei dem Outpost nicht irgendwelche Hinweise finden. Hohoho. Die uns nicht bei der Hilfe, äh Quatsch, bei der Suche nach dem Gegenmittel helfen können. Und ich hatte heute sehr viel Lust auf Mia Smarter. Und dann dachte ich mir auch, das konntest du ja mal machen. Look at your hands. Did I kill them? Moment, 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 Moment. Haben wir die ganze Sache, die ganzen Texte uns selbst hinterlassen quasi? Und ich dachte, unsere Hände sind so blutig wegen der Infektion. Okay, das würde aber bedeuten, dass unsere Arme, ihr seht das hier rechts, ähm, dass unsere Arme auch rot wären und da sind sie nicht. Jetzt sag nicht, wir sind der Mörder. Ich hab, naja, schauen wir erstmal, was hier ist. Äh, ein Dokument über die... Ah, haha, guck mal. Genau das, was wir brauchen. Für Komponente X. Ähm, diese Prozedur wird Agent X hervorbringen. Okay. Mit, äh, natürlich werden wir das mit Komponente Y und Z kombinieren. Oh, ich wurde disconnected vom Quakenet. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr sehen da. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich am Chat liegen, äh, Quatsch, am Stream liegen. Aber es ist ja sowieso keiner im Chat. Oh doch, da bin ich ja wieder. Lightian ist jetzt doppelt drin, schön. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall Inontu... Inontus... Zer... Zeruleus. Ein blauer Pilz. Und Plant X. Den blauen Pilz, den kennen wir noch nicht schon, oder? Bulbulus Fruit Puring Plant. Ja, aber wo finden wir die? Höhöhö. Wo finden wir die? Wir können uns natürlich jetzt hier anschauen, was wir für Tipps für Agent X haben. Plant X Note. Ah, das war die... Moment, haben wir die nicht schon? Die hatten wir doch schon mal... Ne, wir hatten die nicht gefunden, aber wir haben den Platz gefunden, wo die eventuell wächst. Und ich glaube, das war... Wenn wir hier auf der Map mal schauen, wo wir sind... Das war... Das war hier. Irgendwo hier war das. Es könnte sein, dass es im Chat manchmal flackert. Ich sehe das hier bei meiner... Quatsch, im Stream. Ich sehe das hier bei meiner Vorschau. Wenn das passiert, dann entschuldige ich mich dafür. Okay. Das war doch die Geschichte mit den Tempelruinen. Und ein blauer Pilz. Ja, okay. Wir haben natürlich jetzt keine Waffe mehr. Die uns beim Monster eh nicht viel genutzt hat, wenn wir ehrlich sind. Und wir müssen jetzt... Moment, ich muss mal mal schauen, wo wir lang gehen. Wir müssen nach Osten. Ein wenig nach Südosten. Quatsch, Westen. Sorry. Am besten hier oben rum. Am besten dem Weg folgen. Denn das von der letzten Folge, also von Folge 9, wollen wir nicht nochmal haben. Oh. Stell dich mal nicht so an. Okay, Westen. Das müsste hier hoch sein. Ja. Ist das ein Weg? Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg. Voll ein Weg. Hier geht nur ein Weg nach... Genau, in die entgegengesetzte Richtung. Ich versuche mich trotzdem mal hier hoch zu schleichen. Ist das hier Fingerhut? Haben wir die schon? Die nehme ich mal mit, die Pflanze. Eine tropische Butterfly. Buttercrap, meine ich. Naja. Sieht ganz toll aus. Ich möchte nur wissen, was die uns bringt. Nicht wie die aussieht. Das sehe ich ja hier. Und unser Ziel ist der Westen. Und wehe ich... Oh, kommt er da hoch? Komm. Komm. Kraxel, Kraxel, Kraxel. Sehr gut. Sehr gut. Wenn ich gleich das Herz schlagen höre, dann flippe ich aus. Wir sollten auf jeden Fall vermeiden, jetzt auf Äste zu treten. Wer weiß, wie nah das Viech ist. Ach, schau mal an. Was haben wir denn da? Ist das das von gerade? Nee. Sind das die Häuser von gerade? Nee, ne? Das sind sie nicht. Hier ist Wasser. Oh, oh, oh. Das ist zu tief. Hey, hey, hey. Komm da raus. Die nehmen wir uns auch mit. Das sind Medikamentenpflanzen. Also Medikamentenpflanzen mit medikamentöser Wirkung. Nennen wir sie mal so. Boah, 10 Frames habe ich. 9 Frames. Ja, mein PC ist gerade ziemlich unter Stress. Streamen und aufnehmen gleichzeitig. Eventuell sollte ich die Grafik ein bisschen runterstellen. Okay, jetzt muss er noch geladen. Aha, jetzt haben wir ein paar Frames. Ey, wie ist das der blaue Pilz? Nee, das ist ein blauer Vogel. Ups. Die können wir auch mal pflücken. Nee, das ist was Neues. Hier, seht ihr? Das ist was Neues. Und was haben wir da? Mensch, hätten ganz strauß hier. Muscle Emphasis. Okay, das ist wahrscheinlich die unsere Stärke erhöht. Aha, sehr schön. This procedure will yield a single dose of Muscle Emphasis drag. Also in unseren Muskeln ein wenig zu verstärken. Permanently improved. Sehr gut. Also ein permanentes Medikament. Und trinken müssen wir jetzt noch nicht. Aber speichern könnte man. Wir sollten uns nur mal gleich angucken, was man dafür braucht. Weil das ist echt eine... Ah, Messer. Sehr schön. Das ist echt eine Sache, die man gebrauchen kann. Und wir müssen gleich noch mal kurz unsere Position triangulieren. Das ist auch sehr wichtig. Ich versuche noch mal gerade die Grafik ein bisschen runterzustellen. Kann ich die auf Mittel... Ach doch, Medium geht. Sehr schön. Oh, da hatten wir gerade 292 Frames. Auch gut. Ich würde mal gerne so eine Umgebungskarte finden. Das wäre echt mal nice. Aber so wie es aussieht, wollen sie uns die hier nicht gönnen. Was haben wir da? A Study of the... So und so. Ach, könnte das der blaue Pilz sein? Fungus, genau. Jungle Queen. Das ist ein Baumpilz. Und... Blue Colour. Ah, sehr gut. Wo findet er den? Äh, wo hat er den gefunden? Wo findet er den, Alter? Jungle Queen to the northeast of Outpost Tau. Super geil. Wo ist Outpost Tau? Und das steht hier natürlich nicht. Das ist ja... Haben wir da nur noch Tipps? Was meint er? Haben wir da nur noch Tipps? Outpost Tau. Nichts. Da, Outpost Tau. Ach, da sind wir doch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Nein, ich merke das noch irgendwann. North East. Wie viel haben wir? Ah, das passt. Wir haben gerade mal morgens. Okay, das heißt, wir gehen erstmal in den Nordosten von Outpost Tau, der ja hier irgendwo ist. Mensch, ein bisschen näher ran kannst du schon. Dann gehen wir zu... Oh, das wäre nicht schlau. Wir sind jetzt näher am... Nee, wir gehen erst nach Westen und dann hier hin zurück. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, wenn wir hier wieder runterkommen. Wir wollen uns ja nicht wehtun. Vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Also das ist aber auch ein bisschen unrealistisch. Ich meine, wenn wir zu Hause eine Leiter runtergehen oder eine Treppe, selbst wenn die so steil ist, wir rennen die ja nicht gleich runter. Jedenfalls mache ich das nicht, weil ich nicht lebensmüde bin. Westen. Westen ist hier. Südwesten. Muss es ja sein. Okay, das passt. Hier hoch. Ein kurzer Blick. Monster. Einmal kurz horchen. Kein Herzschlag und los. Wir können nicht so viel Zeit verschwenden. Ab da. Ist das Herzschlag, was ich da höre? Nein. Nee, nee, nee. Das ist kein Herzschlag. Mm-mm. Will ich gar nichts von wissen. Ich will dieses scheiß Monster jetzt für diese Folge nicht sehen. Südwesten. Okay. Was wir suchen, äh, ist diese Tempelruine. Boah, ich höre bei jedem Ton einen Herzschlag raus. Ich bin schon voll paranoid. Das gibt's doch gar nicht. Und hier sind überall Äste. Das heißt, wenn uns das Viech hat, dann hat's uns. Haben wir gespeichert? Scheiße, wir haben, glaube ich, nicht gespeichert. Ach, sehr schön. Naja, dieser Stream soll ja sowieso nicht lange werden. Ich hab ja nicht viel Platz. Och, da ist es. Scheiße. Verstecken. Zurück. Zurück gehen. Zurück, zurück, zurück. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich versteck mich doch. Ich weiß auch nicht, von wo es kommt. Das findet uns eh. Scheiße. Wo ist es? Da oben. Fuck. Weiter, weiter, weiter. Im hohen Gras bleiben. Ja, scheiße. Hier hat das... Oh, oh. Es hat mich. Es hat mich. Ich versuche, in die Gegensatzrichtung abzuhauen. Rennen, Junge. Rennen, rennen, rennen. Vorsicht. Nicht hier runterfallen. Oh, nein, 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 nein. Nein, das wäre ganz böse. Scheiße, das... Nein, 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 stopp. Wow, 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 wow. Hat es uns hier? Fuck, 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 fuck. Komm, hier runter. Was hilft? Fuck. Oh, nein. Das ist natürlich doof. Komm, schnell was trinken. Mein Messer habe ich natürlich jetzt verloren. Sehr geil. Aber das Viech habe ich vielleicht auch verloren. Ich renne einfach mal weg hier. Die beiden Pflanzen haben wir auch verloren. Das ist aber nicht weiter schlimm. Da hinten ist ein Haus. 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 Ich weiß, wo wir sind. Shit, und hier wollen wir nicht sein.